Hallo meine Lieben, mein Name ist Jakob von der GameOS One und wir haben was ganz Feines für euch. Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Activision passend zur kommenden World War II Beta gleich 5 Fan-Pakete. Die Pakete beinhalten Artworks, Notizbuch, Powerbank und natürlich einen Code für die Closed Beta. Wie nehmt ihr teil? Nun, alle Details findet ihr unten in der Videobeschreibung und ihr könnt sogar bis zu 5 Gewinnchancen erhalten. Aber ihr müsst euch booten, denn das Gewinnspiel geht nur noch bis zum Donnerstag, dem 24. um 16 Uhr. Dann losen wir die Gewinner aus, damit ihr auch passend euren Code noch bekommt. Bis Freitagabend, 19 Uhr. Also, alles was euch hindert daran teilzunehmen, sind eure Finger. Ihr müsst ihr einfach nur bewegen. Tut es jetzt. Tut es jetzt. Wir wünschen euch viel Glück und hoffen ihr habt mega Spaß an der Beta. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin raus. Euer Jakob.